Hallihallo meine lieben herzlich willkommen zu meinem neuen video heute habe ich ein unboxing das heißt von einer box die ganz neu ist seit märz wenn ich mich nicht täusche und ich habe die zugeschickt bekommen ich freue mich die mit euch zusammen zu auszupacken und ich sage erst mal schon herzlichen dank an moritz von den das sind ein der gründer und ja und ich freue mich das jetzt auszupacken mit euch und ich glaube das ist die aktuelle box ich werde euch alle infos zu der box unten in der infobox schreiben und ich wünsche euch jetzt viel spaß mit beiden box ich freue mich schon die auszupacken so alles in grün heute passend alles passend so wir machen ihn auf ist schwer der box so sieht das aus lifestyle box viel spaß beim auspacken werde ich ja so sieht das aus also ich wollte sagen ich werde nicht für meine meinung bezahlt ich habe lustig zugeschickt bekommen und ja sonst nichts einmal der siegel hier der aufkleber magazin lifestyle magazin steht siebte zweiter und zwanzig das heißt ja der aktuelle juni juli und hier sind die produkte drinnen werde ich euch nicht zeigen weil das ist sollen überraschung sein ich wenn ich finde moment kurz ja die preise blende ich euch dann ein so ich freue mich für eine schöne beute zum einkaufen wie free avocado es ist schaut mal mit einem avocado drauf so eine beutel zum einkaufen sehr toll und sehr umweltschonend nicht diese plastik ich benutze sowieso keine plastiktüten mehr ich freue mich das ist sehr schön wir haben hier ganz tolle sachen ich freue mich schon nächsten zum wir gehen jetzt zum zweiten produkt das ist von mvd mineral vitamin drink der tägliche drink für alltag und sport low carb mit cola und citronen geschmack hier steht dann 22 das bestimmten sirup oder power pulver ja pulver reicht für 22 solche flaschen bestimmt ganz wenig drin ja das ergibt elf liter das gut vielleicht für meinen mann oder so wenn du sowas gerne für sport oder wenn man fahrrad und so steht alles hier drauf und das hat ja 100 gramm 11 liter insgesamt genau so drittes produkt das ist ein limongrass seife glaube ich weil er steht für normale haut mineralstoffe inhaltsstoffe kokosnussöl wasser olivenöl rapsöl und dann limongrass und so noch so natriumhydroxy alles alles sehr guten inhaltsstoffe nicht so gut nach citronengras kann ich mal mit euch ausbacken so eine seife muss ich dann lesen wofür ich glaube für den körper oder so oder sieht sehr natürlich aus ich lese mal vor ich blätter hier mein das magazin und ließ euch das vor wenn ich das finde zu der seife ja natur seife genau natur seife steht hier gibt es andere verschiedene geschmeckt ja duftrichtungen limette palmarosa wäre auch was für mich weil ich mag gerne rosen und orange und limette und noch sie lemongrass nahe nachhaltig 100 prozent natürlich frisches aquel wasser schauen der jeder haut geschmeister nicht macht ok natur seife natur seifen beleben körper und geister inhaltsstoffe wirken pflegend sind auch freundlichkeit und spenden neue kraft für trockene haut das werde ich gerne ausprobieren 100 prozent herzblut kraft der alten und schönendes herstellungsverfahren ich freue mich wir sehen ein kleines familieunternehmen aus der tirole und produziere handgemachte biofizierten naturkosmetik da freue ich mich unsere naturkosmetik ist vegan und biozifiziert ok durch die nachhaltigen naturstoffe unserer rein pflanzlichen öle und fette sowie die vitamin a e und k erzielen unsere seiten eine einzige artige art der rückfettende wirkung unsere verpackung bestehen aus maisstärke und unsere seifenbandrollen sind mit natürlichen farbstoffen verfärbt ok verpackung aus maisstärke und zwar hier steht ja der ist aus der verpackung ist aus maisstärke gemacht mal ganz toll und ich freue mich damit zu meinen körper zu waschen zuduschen oder was auch immer so weiter geht es mit der vierten produkt das ist von now brain stimulation der natürliche wachmacher brauche ich manchmal schon so eine das sind sieben kapseln oder dragees wie man auch wie auch sonst und ich zeige euch mal wie die aussehen unterstützt und belebt eine konzentrationsfähigkeit und geistige leistungsfähigkeit der natürliche wachmacher mit inhaltsstoffe durch traditionell chinesischem ansatz oh da freue ich mich von now brain stimulation sind sieben solche rote und da werde ich gerne ausprobieren ich kann euch mal wieder zu machen und vielleicht hier in dem magazin lesen was drauf steht wo steht das moment ja gesunde wachmacher für high performer ja unterstützt das gehirn dauerhaft und auf natürliche weise um lange belastbar und lange belastbar war und leistungsfähig zu sein der geheimtipp für unsere mentale fitness und für alle die gerne 100% geben gehirngesundheit nimm eine dragee mit einer natürlichen von deinem natürlichen brain food am besten 60 minuten vor mentale topleistung mit reichlichem wasser ein ja werde ich gerne ausprobieren so produkt nummer fünf das sind pandys gefüllt mit käsecreme das ist sehr was für meine tochter weil ich mag keine käse nur bewachen sonst oder chips aber ich weiß nicht ob das was für mich ist proteinhaltiger nicht frittiert glutenfrei so sehen die aus gefüllt mit käse genau glutenfrei ohne palmöl und nicht frittiert so sehen die aus oder? ja werde ich schnecken nicht pack ich für meine tochter das sind 30 gramm ja dann sechstes produkt produkt deocreme save the oceans the oceans the oceans englisch nicht so palmarosa lavendel oh rosenduft mag ich gerne yellow simple yellow simple das ist guti free fresh simple and organic zertifiziert zertifizierte naturkosmetik so sieht der kleine döschen aus mit ein wie heißen die weiß ich nicht ich mach mal auf um zu riechen das ist ganz schön stark der geruch nicht so meins riecht irgendwie nach oliven ich mag nicht so ne sorry aber nicht meins vielleicht werde ich die verschenken oder verlosen mal schauen so nächstes produkt eine dusche maulbeere heidelbeere und bio hamföl von bigut biba steht biba biba ist doch aus österreich oder bestimmt von da österreichische marke ja zertifizierte zertifizierte naturkosmetik fleisch aus 100 prozent recycling material hergestellt in österreich energie lieferant meine geheime ich schließe mal vor habe ich glaube ich von biba von der supermarkt biba aus österreich bei der box kommt ja aus österreich falls ich das nicht erwähnt habe und ja moment ich schließe mal vor was hier drauf steht bei dem produkt superfood dusche ja bestimmt superfood gibt es nicht nur für innen sondern auch für außen die dusche wird ohne sympathischer duftstoff silikone hormonell wirksam zur setzung der nassstoffe aus mineralölbasis hergestellt biba.at biba.at ja das ist aus bigutis ist exklusiv bei biba hältlich genau das ist von gibt es bei biba zu kaufen falls jemand von euch die zuschauer aus österreich kommt und ich rieche es mal ich rieche es mal rieche ganz gut finde ich ja freue ich mich damit zu duschen schon der zweite ja natursaal von dusche ist immer gut braucht man immer duschen muss man sowieso immer ne dann kommen wir zum nächsten produkt das ist hol hoch die hände wochenende sechs shots für drei anwendungen das heißt man trinkt zwei pro anwendung oder was after party shots genau made in germany natürlich beim feiern ok vor dem feiern nach dem feiern ah ok man nimmt eine vor dem feiern und danach der zweite so sehen die aus so sehen die flaschen aus after party 147 oder wie heißt das die marke kenne ich nicht sagt mir nichts welcher geschmack steht auch nicht weiter vitamin mit vitamin sogar c b1 b6 b2 b12 zink magnesium und natrium pflanzliche extrakt acerola ging ingwer kaktus feige und wein irgendwas so sind die stehen alle hier drauf was soll das machen bewerten ich schau mal hier after party shots von 147 genau hochste qualität mit zufriedenheitsgarantie und jetzt stehe mit dem code gut hältst du 20 prozent auf deinem einkauf der 174 47 oder was auch immer short ist ein after party drink mit power natürlich und hochwertige inhaltsstoffe der drink gibt den körper die wichtige vitamin und inhaltsstoffe sowie flüssigkeit zurück verbindet eine gesunde lebensweise dank natürlichen inhaltsstoffe und einen cleverer party produkt das ja alle feigen und diese das ist alles drin diese inhaltsstoffe ingwer und ginkgo und acerola und sonst was ja da freue ich mich oder vielleicht mein man das zu trinken so dann gibt es hier noch drei produkte und noch ein so ein magazin drinnen wir machen hier oh was ist das center secret strip zum aufnahme leichte flüssigkeit ok soll das eine binde sein ja ist toll dass sowas drin ist binden slip einlagen ja so sind die aus ja ich glaube 50 stück drin oh das ist ja toll dass die männer auch an die frauen sehen ja ist toll finde ich sowas braucht man nimmer ich schließe mal vor wenn ich hier was drin finde zu dem produkt super secret neuartige intimauflage okay die intimauflage aus den verpackungen nehmen und zusammenklappen anschließend zwischen den inneren in dem bereich oder zwischen den po backen platzieren okay einfach bei jedem toilettengang austauschen der diskrete und zuverlässige schützt im intimbereich okay okay center secret strips halten die feuchtigkeit zurück und vermindert flecken auf der unterhose für mehr sicherheit im alltag und eine saubere wäsche ok werde ich gerne ausprobieren ja dann noch vorletztes produkt und dann wir haben hier von toli pens edition bei lifestyle box geht keto granola kakao crunch voller geschmack weniger zucker vegan low carb und ein fieber und ja kokosnuss sonnenblumenkernöl mandel süßmittel kakaopulver sonnenblumenöl vanille extrakt salz und kadamon soll mal gut sein oder sieht toll aus mal schauen was der hier sagt zu dem produkt ich muss immer blättern tut mir leid aber wo ist das nicht drin oder moment ich habe das vorhin gesehen ist bestimmt kohlenhydrate reduzieren nicht mehr als 30 gramm kohlenhydrate pro tag kohlenhydrate man deutsch schwer voller geschmack geht auch ohne zucker diese unglaubliche knusprige und vegane ghetto granola überzeugt nicht nur im geschmack sondern auch durch seine nährwerte die enthaltene satten und nüsse werden bei niedriger temperatur gebacken und anschließend durch echte bobo vanille ange abgeründet ok von tulipans genau gehirn und herz ist auch gut insulin und blutzucker sinken ja für meinen bruder ist ja diabetiker seit 25 jahren und das wäre was für ihn aber ist leider nicht hier in deutschland fetter werden nicht zu nun zu ketogen umgebaut und stoffwechsel reset ok hier noch keto und alles was ich gerade gesagt so man der box ernährt sich den ender zu und wir haben hier noch ein letztes produkt von brin so eine usb kabel 3 in 1 power changing 3 meter kabel mal schauen aber ich glaube der geht für mein iphone da freue ich mich ist so was das ist immer gut ja drei anschlüsse usb anschlüsse usb micro usb und 8 pin ok bestimmt toll ne und so was braucht man immer fürs handy und so mit drei meter kabel ist doch das ist doch gut in rot von brin oder brein oder was auch immer ja mit drei anschlüsse ja für mein iphone die glaube ich oder die ich kenne mich da nicht so gut aus bin so eine miete was das angeht ja liebe lifestyle box team ich freue mich dass ich das vorgestellt habe und dass ich das hier mir den box zur verfügung gestellt habe dankeschön dafür und ja da war da war noch hier österreich juni juli 2020 so eine the red bulletin so ein magazin eher für männer ja und die box ist leer ja ich kann euch gerne den instagram und lifestyle youtube seite unten verlinkt von den lifestyle box team und ja ich sage tausend dank fürs zuschauen vielleicht lässt mir gerne däumchen da oder abo sogar würde mich riesig freuen und ich sage wir sehen uns demnächst und habe noch eine schöne zeit bleibt alle gesund und wir sehen uns demnächst tschüss tschüss